so leute jetzt geht es weiter jetzt haben wir da oben ein riesen problem ja deswegen würde ich wirklich sagen ja die panda da hoch die arterie kann ruhig hierhin sturm geschütz ok kommt da noch was ne das scheint alles zu sein gut dann kriegen wir das vielleicht doch so in den griff noch mal eine position zurück möchte gern was prüfen ob das geht ok das hier scheint jetzt wirklich zu laufen der hier ist kompletter stillstand ich auch nichts dagegen da habe ich ihn echt gestoppt wunderbar das hier sieht ein bisschen anders aus leider so der haut ab das schon mal gut der ist gut geschwächt also auch kein problem mehr so die linie ist auch zu mal 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 Was? Gut, hier aufpassen. Kommst du mal hier hin, ja? Ähm, mal eine Frage, wo sind meine Aufklärer? Habe ich den verloren? Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, den habe ich nicht verloren. Wo ist denn der jetzt? Ah, da. Gut versteckt. Gut. Infern wir mal hier hinten ein bisschen rum. So, also hier haben wir Stillstand erreicht, was schon mal sehr gut ist. Hier haben wir ihn auch zum Stehen gebracht. Kann er da hochfliegen? Ja, ja, kann er. Der hat, ah, es ist ein 16er, also das sollte kein Problem sein. Okay. Ähm, go. Sehr gut. Oh, der macht da wirklich noch zwei Schaden? Da wärst du verrückt. Oh, der hat's gesehen. Ist ärgerlich, aber er hat ihn nicht gekriegt. Das ist schon mal gut. Oh, dieses scheiß Überflussgehen ist echt zum Kotzen. Ich werde wohl hier unten verstärken müssen, weil der Bilbo an der Seite lang. Ja, und das werden wir dann... mit denen hier sogar machen, würde ich sagen. Das wird dann hier eine Linie bilden. Weiter lasse ich ihn nicht durch. Das kann er vergessen. So. Hier weiter hier drauf. Hm. Ah. Oh. Fuck. perfekt so artillerie gut das kann man eigentlich ja so stehen lassen wenn er meint immer hier drüber zu gehen bitte so hier machen wir uns dann bereit für den nächsten wahnsinn das müssen wir gucken dass wir das jetzt hier erstmal ein bisschen stoppen yep ja 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 So, du kommst mal hier hin, hier hin, durch die Flak, das ist mir zu riskant, kommst du hier hin, so, das hätten wir, so, das ist mir, so, okay, vielleicht können wir hier doch noch ein bisschen was machen, so, so, also, wir haben ihn hier komplett zum Aligen gebracht, das ist schon mal gut, er kann jetzt hier ein bisschen Feuer und Erfahrung sammeln, das hier haben wir auch gestoppt, das hier sieht momentan auch gut aus, da haben wir jetzt auch ein bisschen Ruhe jetzt reingekriegt, wir müssen mal warten, hm, hm, er bleibt stehen, okay, und gucken wir mal, was hier noch so los ist, so, das hätten wir, das hätten wir, so, was sagt die Zeit, wie weit sind wir, okay, Moment kurz, Moment ganz 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 kurz, Okay, wer haben wir da? Oh fuck. Oh fuck. Aber gut. Ja, der kommt hier mit Panzern, ja. Das war zu befürchten. Aber wir haben hier alles gut zugemacht. Ah, du bist das. Ja, im Süden ist das noch ein bisschen wackelig alles. Na, na. Also ich würde sagen, der ist komplett unterdrückt, oder? Lass uns das mal gucken. 7 unterdrückt. Oh, perfekt. Dafür kriegen wir jetzt ordentlich, Moni. Nö, dafür kriegt man kaum was. Das Ding ist nix wert. Das Ding ist nix wert. Ähm. Machen wir das. Initiative, sehr schön. Äh, ja. Okay. Okay. Die neue Hambro. kann ja auch nicht schaden das ist mal hier ein bisschen aufpassen das ist mal hier noch gucken ja ich habe sowas bevorsteht ja das tut natürlich jetzt einen weiteren weg mit sicherheit ich müsste dahin kommen ohne dass ich in seinen klappt so perfekt dann wird er hier nicht mehr gefährlich müssen wir hier aufpassen so so da scheint nichts zu sein müssen wir mal gleich checken mit denen würde ich das gerne da hinten ein bisschen rumwildern so der panzer vier hier gehen wir mal hier hoch und gucken ob wir so was wir hier so machen können oder ich halte hinten mit dem einfach die stellung zu du bleibst hier weil du machst hier wenn hier warten fällt kann der schöner hat er hier die freie band zu spielen deswegen gucken wir dass wir das hier halten gut so also es läuft bis jetzt ganz gut der plan hier unten geht voll auf in hier zu stoppen und wir bringen ihn komplett sogar zum stillstand und hier kriegen wir jetzt auch langsam den griff hier oben haben wir ihn auch wohl zum stillstand gebracht vorerst aber das werden wir noch sehen ja dann mal weiter ja ich habe das vergessen ja sie ist gerade okay hat eine flak also hat sie hat die flaks nach vorne geschafft sozusagen ja gut das war zu erwarten gut mit denen können wir jetzt da trotzdem die linie hinten halten ja so eine flak hat doch schon ein bisschen was aus ja das ist gefährlich wenn der runter klappt dann sehe ich halt aus ja so leute dann würde ich aber sagen ja wir beenden den part sehen uns beim nächsten mal wieder dann geht es weiter mit der schlacht um wien bis dann und tschau moment mal ganz kurz was haben wir denn hier noch ist es auch egal jetzt hier durch die gegend okay okay das war es dann bis dann und tschau